Hallo, hier ist euer Unbox-König und heute seht ihr schon Rayman und ihr könnt schon in der Schrift in der Beschreibung reden es geht um Rayman Legends der zweite Teil von Rayman Origins kann man so sagen das hatte ich auch für Playstation ich werde den Link unten die Beschreibung packen von diesem Unboxing von der Playstation und von der 3DS-Version ich habe es auf jeden Fall jetzt nur noch für die 3DS-Version Rayman Origins hier und das ist der zweite Teil und den werde ich jetzt unboxen also erstmal hier zeige ich euch das Cover gleich ich mache es erstmal auf also ich mochte Rayman schon von Kind auf an, also von einem ersten Spiel und hier auf jeden Fall Rayman Legends das Cover gefällt mir auf jeden Fall sehr gut Hammer gut das erste war auch gut aber das das übertrifft ein bisschen ja hier mit ich weiß nicht wie der heißt leider ich habe es vergessen Rayman auf jeden Fall den müsste jeder kennen die kenne ich nicht Woos Cup 6 mit dieser Drache bei den Zungen Playstation Network und Playstation 3 hier hier Rayman Legends hier steht noch was schließt dich mit bis zu 4 Spielern deinen Helden an im Korb Modus ja epische 3D-Bosse rock die Party mit den verrückten Musiklevel hier Uplay keine Ahnung Uplay kann man bis zu 4 Spiele spielen wie ich auch schon gesagt ja die Informationen da stehen und ja machen wir das auf und die Discs sieht aus wie von vorne nur hat nicht dass das ein bisschen unten drauf ist ja hier Rayman Legends hier das Boklet das Boklet Uplay das ist in schwarz-weiß die Steuerung wird hier erklärt hier so ein Bild das Spiel da wird die Geschichte erzählt das ist nicht manchmal gut da war die Play Jo das war's mit dem Unboxing ich hoffe es hat euch gefallen ich werde jetzt mal suchten ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag und liken nicht vergessen und es wird noch ein Paket kommen also ein Paketenbrief von dem WWSammel14 da wird auch noch was kommen ein Video noch ein Unboxing und ja dann sag ich mal tschüss bis dann abonnieren nicht vergessen wer noch mehr Unboxings sehen will und ja wer immer auf dem laufenden Tag will und dann sag ich mal bis zum nächsten Mal ciao